So, Feuerio, herzlich willkommen hier mit Dalu, Kapuze, Kundran, Maru, Tauta, Pain und einer dämlichen Katze, yeah! Ich fühl mich neu! Und ich trinke Bier! Ich hab mich noch nie so... Also, sagst du diesen 50-Jährigen, der mit dem Skateboard um die Ecke kommt und der Basecamp und meint, yo, Jugend, was geht? Kennst du das bei King of Queens, wo Arthur als Skater... Arthur, 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 das ist ein Mien. Ich hatte halt keinen Beat, Mann, ich hatte keinen Beat, ja? Der musste Beat gehabt, ey, wär schon geil. Nooo. Ein Herzschlag, oder was? Der Chaos, der Mann, der Nimm. Die Map kenne ich aber irgendwann, aber irgendwie hab ich die Größe in der... Run! Du-du-du-du-du-du-du-du. Irgendwie hab ich die Hütte gesehen in der Erinnerung. Also, hier gibt's ein paar Gänge, die ich kenne ich nicht in der Map. Shhh, roll, das ist ja nicht das. Das will ich jetzt auch mal... Das ist ja nicht das. Haha, das ist ja witzig. Oh, sorry. Hey, da ist ne Bombe! Oh, scheiße! Pain hat jemand gekehlt? Nein, hab ich nicht. Aber kann die Bombe nicht hochjagen? Oh, Fallui! Ich guck mich grad um hier. Habe ich gesehen, warum? Mike ist da wohl zerstört. War denn das für ne Musik, die hier läuft? Ich... Oh! Umakut, oder? War 1-2? Pain ist super, Willi! Ich glaube. Da liegt ne Leiche. Da ist Pain! Ups! Pain, wo willst du, lass ich sch... Was? Wer hat jetzt... Wen? Ich hab den Super Willi erschossen. Warum ist denn hier so ne blöde Musik am Laufen? Hast du ihn erwischt? Ja. Was ist das für ne Musik? Ja, das ist die Musikbox, die neben dir steht. Das war die Downloads-Leiche. Äh... Mach die weg! Hab ich ausgemacht! Wo ist Pain jetzt? Kann man eigentlich... Pain ist Boden! Nein, kann man nicht. Wurde schon mehrfach getestet, okay. Mach doch die Musikbox die immer wieder an! Ich glaube die ist... Es ist einfach nur... Die Dings sind eh klar! Du musst eh drücken! Oh, die Bombe ist hochgegangen! Loll! Hat einer ne C4 auf die... Auf A-Geos? Das ist ne Traderfalle! Ist die Musik denn hier GEMA-frei? Das ist ne TNT! Einfach nicht drauf schießen! Ne, das ist glaube ich ne Bombe, die einfach hoch geht da für 10 Sekunden! Ne, das ist auch immer ne Bombe! Ist denn jetzt die Runde vorbei? Ja! Das ist ne Traderfalle, die gibt's auf beiden Spawns. Und ich dachte, die geht instant hoch. Deswegen, ich hab's auch ausgelöst. Bin dann aber zu nah ran gelaufen und wurde dann davon gekillt. Da geht die Bombe hoch! Okay, also wenn einer die Musik manuell angemacht hat, will die nicht anmachen. Ja, das ist ne Musikbox, der mit Frau Beilocks mit E, geht's halt an! Ja, also nicht eh drücken! Ich so! Kann ich nicht zur Musikbox gehen! Ja, die sind in Zwischengang! Ich sag gar nichts mehr dazu, ja? Wer nimmt denn immer K. Na, mach dir das eigentlich nur... Aber wer ist es wirklich so... Just for the memes! In der ersten Runde war ich jetzt! Ah, ja! Das ist aber keine Deunen besser! Gibt's mit dir? Gibt's über Angst vor dir Kunden oder wen? Ja, die sind eckig! Guck mal, guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Ah! Dautau war's! Leute, das ist der Dautau, er rennt auf Akurz! Auf Akurz? Ah! Okay! Er wartet um die Ecke, jetzt kommt er rum! Ich bin long! Äh, er hat doch die... Ach, der Kursch, das ist gar nicht kurz, ha! Ich komme jetzt hier alleine! Dautau hat kein Kursch gezielt leben lassen! Ja, okay, kaputt! Hat er... Ich bin da vom Ecken auf! Ja genau! Ein Meter und er hat nicht auf dich geschossen! Dallu, warum glaub ich dir jetzt irgendwie nix? Ich würde halt auch... Dallu... Okay! Laufen sehen! Ich will nicht auf B! Das Spiel nonstop! Also... Da läuft er am T-Spawn! Oh, Kun hat ne dicke Gun! Ja! Ah! Ich bin sichtig, der Wurm ich des Jügens! Das ist hart! Äh, die A... Ach! Darf ich auch, bitte? Nein, weg! Oh, komm bitte! Du hast nix gemacht! Ja, deswegen! Ja, bin ich ja auch gut! Bitte, komm! Warum bist du denn angeschossen? Weiß ich ja nicht von dem Tee! Achso! Achso, einmal hat mich Kun dran angeschossen! Bis 16... Ja, hier ist Loppentee gestorben! Oh, komm! Alter Kun... Dallu! Oh, Mann! Komm bitte, schnell! Guck mal, da kommt der Thomas! Ja, bleib draus! Ding, ding, ding! Ich bin's ja wohl nicht, der Thomas! Ding, ding, ding! Ding, ding! Ding, ding! Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Ding, ding! Balu, lebst du noch? Weg! Maroon Items! Du hast mich grade in der Hunde davor mit nem Nahkampfthomas gekillt, ja? Das war nicht bewusst Nahkampf! Nahkampf was denn jetzt gemacht? Ich hab dich nicht gesehen, ja? Die letzten übrigens noch lehnen, das ist jetzt ein 2 on 2 übrigens! Ja, dann geh mal rein! Nee, das ist ein 3 on 1! Auf, ihr geht's! Wer macht denn immer Kass? Das wär geil, wenn die Smokes, äh, die... Granaten genauso hier funktionieren, wie auf der richtigen Map! Also Maroon Items! Was? Hey! Hä, fliegst du hier rum, Dalu? Dalu fliegt? Fuck! Hä? Habe ich dich angeschossen? Ja, dann lauf mir nicht hinterher! Ich zeig gleich einfach nur die Sicherheit ab! Er ist oben bei Short! Die, du hast den Medikit da oben! Was denn? Huch! Also Spiel! Ein HP, ey! Ich musste mich... Ich musste mich töten, weil ich durch die Map gefallen bin und unten rum stand! Und nichts mehr machen! Hättest du dich... Äh, nee, nee! Du hättest dich nicht umbringen müssen, weil ich hätte Twisted Fate! Das heißt, dadurch wäre gestorben! Wir hätten gewonnen! Hättest du dich nicht umgebracht! So irgendeine Gruppe muss, du musst halt immer irgendjemandem was verwiesen! Dann lauf doch nicht einfach zu deinem Kollegen! Oh, cool! Die... Die Autosniper hat auf der Map einen anderen Skin! Wie cool! Das stimmt, aber... Ich hab meinen Kollegen einmal durch die Map gesehen! Weil ich war selber... Ich bin nämlich schießend... Das war halt wieder Render vom Dall und... Ja, ja, Render... Geißel... Wie immer! Gibst den Tauter da auf kurz! Hüßchen! Ja, und er schießt die auf kurz! Ja, ja, direkt um! Du, weil du kennst Krieg hast, gell! Tauter hast jetzt gerade keine Queen! Das hab ich so mal gesehen! Was? Ja, ja, ich... Er steht übrigens kurz oben links, wenn die Bombe gezündet wird, ne? Ja, 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 ja! Hab nix gesehen! Hab nix gesehen! Es hat noch eine ganz kurze Zeit für zwei Sekunden oder so! Komplände alle Pain! Komm auch mit! Balloui ist kein Traitor! Okay, Molotow auf A! Die Bombe auf A ist explodiert, oder? Oh, die hell! Tauter wurde auf jeden Fall davon gekillt! Es steht als wenn der Tauter stand... Es steht also nicht im Chat drin, okay? Balloui! Mach mal, mach mal! Ja, komm mal! Mach mal! Warum bin ich eigentlich nie in Balloui? Es tut mir leid! Tauter wollte irgendwen abmurksen! Er ist auf den Tete losgerannt! Ich sag mir, dass es Tauter ist! Tauter war anscheinend Traitor! Du darfst nicht reden! Es war alles rein! Es war alles drin! Es brennt! Es brennt! Es brennt immer mehr, es bringt überall! Wer ist denn hier in Flambio, Alter? Folie Jo, Folie Jo! Oh, dunkel! Die schaffen mich, ne? Ah! Tauter ist tot! Tauter wars! Tauter ist tot! Aber wenn er jetzt wirklich... Ich hab's, ich bin Dede, bin über die Map geflogen, hab gesehen, wer die Dede gerade ist. Hey du Kapuze, hey du Kapuze, kämp'n auf lang. Ah lol, hier geht's ja noch mehr, noch besser. Den Spot, das ist ne Disco, die werf ich wieder raus hier. Das war ein Item sogar mit der Side, äh mit der Side. Das war cool dran. Oh man, Alter. Du hast doch gesehen, dass ich dir reingeworfen hab. Nein, komm mal nicht hoch. Ey, da ist ein, würdest du es doch noch rauswerfen. Da ist ein Kapuze rechts, neben dir ist Rainbow Dash. Oh lol. Du Brownie. Ich hab auf jeden Fall das Messer von Tautor bekommen. Ey, ihr droppt da nicht das Messer. Ich würde gerne mitspielen, hallo. Ja, unbequem aus. Da ist ne Taufe von. Gut, dass ich nicht mitgespielt habe. Tautor ist schon tot. Hä, nein. Balu, ich hab nichts gesehen. Balu, ich hab nichts gesehen. Balu, äh Kunran auch? Die haben alle Pain weglaufen lassen? Nein, ich hab nichts gesehen, was Balu gemacht hat. Aber Pain. Ja, weil ich Annon war, weil Kapuze mich getötet hat, der Dödel. Nein, hättest du was gesagt oder sagen können. Ja, ich weiß jetzt nicht, was du bist. Also ich bin das Heide vom Deter. Deter. Wo bist du denn? Also Kunran hat Pain weglaufen lassen. Ich weiß nicht, ich hab ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich hab nur Balu gesehen. Aber wenn er Annon war, dann könnten wir jetzt alle drei Tretter sein. Oh, dann hätt er was gesagt. Katze, Maru schießt. Katze, ja. Du hast auf mich geschossen, Balu, jetzt tu nicht so. Also Maru ist tatsächlich bei mir. Jetzt bin ich ja wohl Proven Inno. Die Frage, wer hat... Was? Balu, war... Ja, Balu, war Jester, der auf mich geschossen, immer noch. Ja, dann bist du ein Schwäder. Balu... Hier hängt die Taube übrigens. Na, ist das ne Scheißwaffe. Balu, war Jester. Das glaub ich ja nicht. Bei Lui war Jester. Echt? Ne. Jetzt bin ich aber sowas von enttäuscht. Ja. Darle wurde gekillt. Von Pain. Aber Pain ist auch tot. Ich hab ihn nicht gegenseitig gemacht. Weiß ich nicht, liegt auf jeden Fall noch ein Leiche rum. Es fehlt jetzt noch Items. Hinter uns! Ja. Haaa! Ey, war alles in die Linke hier. Es ist noch bloody nahe von Tauta. Wow, hat dich der Kunde wirklich von den Kunden ran, Alter. Das ist echt lame. Warum ist mein Spiel denn gerade nicht? Warum hast du kein Ding? Kein was? Ja, dann haben wir vorbei in den Scheißen. Ja, ich hab einen Kunden ran vorbei. Ist auch egal. Ja, du hast den Free Clear of Pain mitgenommen. Hast du wirklich, ich kann auch von der Seite aus Killen. Mal ganz kurz püsten. er holt die Bomben haben eine ziemlich hohe Range ja okay alle von C-S-Born aber Payne habe ich tatsächlich nicht gesehen also es hat... ich kann nicht ins Spiel rein tappen, jetzt bin ich im Spiel drin ich bin hier meine Aufnahme drin Payne ist eine... Payne ist Kappa Pride Kappa Kappa hier ein Little Pony wo ist Fisk dann noch brauchen? wo ist die Julie denn, die wollte hier später noch an-danceln ja warte ich frage sie wieso fragst du mal? er hat einen Witz gemacht Deine größte Eigenschaft Combustible nee das ist für ich, ich hab die ich knall mich alle weg Maro ja natürlich hab ich von der Bombe ab welche Bombe denn? ist sie scharf? keine Ahnung, wie merkst du das? hörst du? findest du sie attraktiv ist das gemein hey, hier oben wird... Dalu schießt auf mich Payne hat geschoppt ich hab nicht geschoppt, ich schreib Julie alter ja ich hab... ich hab keine Ahnung wer angefangen hat von euch ich werde... naja ganz viel... wird er beleveln aber beide sind böse ja ich weiß es nicht kann schon sein dass beide böse sind w a s d und mit der rechten Hand aber auf jeden Fall haben sie aufeinander geschossen ja mit der rechten Hand in der App ja in der App nix doch was hättest du gemacht wenn du tot bist nö... kann man doch nebenbei machen ist doch okay der Dringer äh... items hat mich ice knifed hätt ich Currysoße sagen sollen du Lügner du wolltest was ge-ice knifed items süß ich wollte nur dass du mein Freund dann lass mich items töten schau doch hier weg kurz dann kann ich mich... was ist hier eigentlich für ne Party? wo musst du wirklich leben? keine Ahnung dann kann ich mich... dann kann ich mich... äh... da v... da oben ein Spawn da... da kommt an die Ecke da kommt Tau Tau hä? wo ist items? idems? 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 ne ist mir nicht tot alles gut das war nett von dir danke ich wollte dich Ed Isborn? niveau dieser ist auf A Lang oder kurz? eeh... der ist auf... er ist auf A gelau... von Lang auf... auf A gelaufen Erwin? Hallo łbym nicht an ihm vorbeigelaufen? uha äh... ist items äh... cool man ruhig ok Ok. Oh komm jetzt. Ja ich hab's. Okay du ist... Kannst du? Dann kannst du nicht mehr Balobi oder Maru sein oder? Ja. Kannst du nicht wissen und schon. Wer ist es? Oh schade. Ich bin doch halt schon extra nie in der letzte Ecke gegangen. Mann! Ich wollte dich nicht töten Payne, ich wollte euch einen schießen. Aber ihr seid da händchenhaltend rausgekommen. Aber gut gelöst. Er war der letzte den ich durch die Wand gesehen habe. Ich hab mich so erschrocken als Dalu wieder aufgestanden hat. Aber bei einer hättest du Baloui die Maschine entfesselt. Ich wollte gerade sagen, Harry angesagt. Er war jetzt resistent beim Verwunder gegen Bomber. Keiner zählt die Bomber. Daula, gell? Cool und jetzt gibt's Geld. Klappt's auf'n Popo aus! Und das heißt, ich muss eine neue Waffe? So wie es ist keine Waffe? Ne, die ist halt ein Web glaube ich. Darum seid ich bei mir denn auf einmal unsichtbar alle. Okay. What? Was? Wir sind bei dir unsichtbar. Ja, Blauli ist unsichtbar und Near Death. Herr Schisschen. Hä, die Blauli, der ist Baloui. Genau, Dankeschön. Ja, genau, Baloui. Richtung Maru und Payne gab's nen einzelnen Siegel Schuss. Hat Payne geschossen. Hat er mich getroffen. Eine Überraschung bei euch. Ne, den hab ich noch. Oh shit. Ach Gott. Hier sind unsichtbarer Wände. Float ist dann doch nicht so, so ungewaltig. Payne, du L.P. den verdienen. Pfff. Hey. Mr.D. Nein, nein, er lebt noch. Ja, wahrscheinlich hast du ihn zum Sidekick geschossen. Nein. Doch, doch. Nein. Jetzt sag doch was kaputt zu sein. Ja, ich muss dich jetzt töten, damit ich weiß, dass ich kein Sidekick bin. Ja, nein. Doch, doch. Dann warte kurz. Dann warte doch mal eines. Jetzt klappt er mich still. Ach Dalo. Ach Dalo. Ach Dalo. Ach Dalo. Hilfe, Hilfe. Warum hast du denn Angst von Dalo? Bei Dalo dich mit einem Klick umbringt. Ja. Los, keines auf B. Falsch. Ja. Und der Wurm hilft. Du Arschloch. Du bist das Arschloch. Ja, du bist das Arschloch. Du wolltest mich hintergehen. Kannst du was da? Ich weiß es nicht. Ich seh doch keine Gegner. Wir sterben alle gerade. Oh, schu, schu, schu. Krumms. Ihr seid übrigens so. Ich habe einen Spiel überlebt, in der ich keinen Gegner sehen kann. Was habt ihr gemacht? Der Vendetter hat den Jackal abgestochen. Genau. Der Traitor Vendetter. Oh, Pay, das kann ich auch nicht. Nee. Oder was Sidekick hat. Kapuze. Pay, ah, nee, doch. Nee, 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 hab mich wirklich nicht zum Sidekick geschossen. Ja. Ich wollte euch alle zum Sidekick. Aber du warst Sidekick. Ihr habt mich alle ignoriert. Ja, ich war... Das Ding ist, das Ding ist, äh, äh, ähm, ne, Dalo hat ja vermutet, dass ich spinn. Aber ich war's in den Teil. Und dann hat er mich jetzt geschossen. Ja, ich hab, ich hab, Maro und, das war halt wieder Rene. Das war halt wieder Rene, ne, ne. Was willst du hier? Äh, Shop. DDT, DDT. Ich hab keinen mitgebracht. Nee, klar. Kapuze töten in Umbefehl. Ja, und den Krim, das sagt jetzt, je, 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 du, 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 du. Na, wir werden jetzt gern. Ja, uh, wir gehen jetzt Kapuzes Befehl. Ja, wir sind das neu voll? Alter was heißt hier das neue Volk? Was machen wir da hinten? Ist einer gestorben? Pain ist da hinten geschorben, warum auch immer. Pain, wenn ich da jetzt runterkeh, schärf ich dann auf. Das ist ein cooles Bild. Ehrlich? Ah lol, weil da ist ein Pony dahinten. Da ist schon wieder jemand unsichtbar. Die Julie! Hi nun! Hallo Julie! Das sind natürliche Items. Ich bin in den Katakokken. Du hast immer die scheiß Dings da. Hallo bei Louis. Also du. Ist das oben drin, low, hat auch nicht viel AP. Danke. Achtung nicht, du nicht, geh, 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 geh. Vorsicht, da ist übrigens immer noch der T-Spot, also der A-Bomben-Spot. Ja, ich hab da ein bisschen Angst vor. Julie ist da in der nächsten Runde. Du, die die Würze. Ich hab da abgemurkst. What the fuck? Dritte. Hä? Bist du da einfach gestorben? Hä? Das ist die dritte. Gut. Dann hau uns auch mit die kleinen Mäuschen. Ne, Moment, ist es? Äh... Ach, keine Ahnung. Ja? Ne, zweite. Hast du dir ein Pötchen geben wollen? Oder hast du gewusst, dass ich Trailer bin? Nein, ich wusste... Nein, ich wusste... Doch, doch, ich wusste das, ja, ja. Ich hab nichts gemacht gehabt, legitly. Ich hab nichts gemacht. Ja, ich wusste das. Sag deinen Satz, Bart. Ich hab nichts gemacht. Keine Nummer von mir. Ich hab's einfach nur, weil du der Erste aus dem Weg gelaufen bist. Hein, was Schmeitems. Wenn ich nicht ärgern wollte. Du möchtest mal. Hast du gerade geschoppt? Ja. Aber es war richtig, also. Habe ich alles richtig gemacht, oder? Ja, ja. Jetzt geht's ab. Also, ich hab das gesehen. Was denn? Nix, aber... Rund noch. Hey, Pain! Pass nach unten? Pass nach unten? Alles oder was? Auch ein blindes Huhn. Na, ist nicht kalt. Schmeitems. Nice sense. Items, Schmeitems, so ich sage. Was ist mit Items Schmeitems? Heee, Pei! Das bin Kapuze! Alles mit Disco, Leute! Kapuze Wurm! Kapuze Wurm! Kapuze Wurm! Kapuze Wurm! Kapuze Wurm! Ist kein guter Wurm! Danke, man! Du bist ein süßer Kerl! Genau! Du bist ein doofer Kerl! Du bist ein doofer Kerl! Items? Ja? Wer ist das? Wer ist was? Hier, auf B! Ja, ja, geh mal zum Bombe-Items! Ja, wer ist das? Wo denn? Das ist ein Slenderman, oder? Das ist ein Slenderman! Das sieht aus ein bisschen wie ein Slenderman! Was ist das eigentlich für eine Cross-Oline? Das ist rein in die Karas! Hier ist gerade einer mir vorbeigerannt und hat Items abgestochen Ich glaube nicht, dass der Items abgestochen hat! Aber hier wurde einer abgestochen! Er wurde als Unknown wiederbelebt! Ich glaube, ich glaube... Nein, er hat Baloo ja... Er ist auf A lang! Er ist auf A lang gerannt! Nee, nee, er ist auf B! Er ist auf C! Das Blut hört auf A lang auf! Nee, der ist auf B gerannt! Pain ist es noch! Warum kommen Kapuzen als Erstes da raus? Keine Ahnung, mir wurde auf jeden Fall in den Rücken geschossen! Und da stand Pain! Pain ist es! Pain zieht ne... Pain? Äh, T-Spa hat jemand getrunken! Richtig! Ich-ich-ich-ich muss... Ey! Ey! Was-was! Kann hier mal böse sein? Ist echt nicht nett! Ja, ich hab's... Oh, der war glaube ich nur! Oh! Halt! Stopp! Ah, du bist der Deta! Warte, okay, ich hör auf! Was ist gerade passiert? Ich habe einen Jester erschossen. Das ist gut. Hat ziemlich viel gekostet. Unter anderem dein Leben. Maro ist tot. So ein Ärger. Jawohl. Ich habe sogar noch mein AdRevenue geschossen. Dein AdRevenue. Danke an den Jester zum Helfen. Du musst dich sogar empfangen. Du, ey, ich habe zu so, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, schade ab. Und trotzdem was du schneller. Warum, 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 schade? Achso, das meinst du. Der Bloody Knife zieht die gelbe Blutspiele. Ja, aber. Immer schon tauler. Das Bloody Knife wirklich, das ist. Immer schon tauler. Alter. Yeah. Always tauler versichert. Always. 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 Always look on the bright side. Okay. Wenn du frech bist. Kapuzel HPR für deine Kapuzel. Ach, dich hast du mich geschlagen. Hä? Hä? Warum hast du ihn auf die Schnauze bekommen? Aber was konntest du nicht sehen, wenn dein Shop im Weg war? Ja, das ist leider wahr. Oh, taula, taula. Was? Taura. Taura. Hey, er hat eine BR-Fall. Taura, 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 taura. Glaube ich nicht. Ja, dann kannst du ihn ja konfirm. Ja, ich habe ja gott. Traa. Aber das war doch nicht der Grund, warum du geschossen hast. Ich denke, dass Kapuzel Spy war. Wir spielen ohne Spy. Nein. Nein. Taura. Ich glaube, Taura. Kapuzel hätte sich viel mehr aufgeregt. Habt ihr die Bombe wieder gelegt? Wenn du Inno gewesen wärst. So wie wir ihn kennen. Da hätte er dich noch beleidigt. Ja, das. Ja, ehrlich. Das macht er so. Alter. Hallo. Nein, nicht wieder Pfötchen geben. Geh weg. Nein, nein. Wo ist denn der Baloo, dieser, der Taura? Der Baloo-Tau. Ich bin hier, Balooi. Hallo. Blu-Blu-Blu-Tau. Die Bombe. Sie piept. Nee, nicht mehr. Aua. Liegen Waffen. Hey. Aua. Auf mich wird geschossen. Äh, Mitte. Kurz. FBI Opener. Oh! Zombie. Alter, Maru ist Balooied worden. Hahaha. Ähm, warst du eigentlich auf mich? Na, deswegen hat er nicht gemeggert. Hm. Tada! Tada! Hahaha. Kontra, warum hast du mich gekillt? Weil du der von Short gewesen sein müsstest. Ja, ich weiß. Nein, das war Maru. Hä? Ich bin ja bisher gekillt. Ja, ja. Ich dachte, du warst der von Short. Nee. Ich bin noch hinter... Da war noch mal dahinten. Ja, Leute. Wenn euch das Rindchen gefallen hat, like gelassen. Pass auf. Pass auf. Ciao. Raun. Ja. Ja.